Viele Network-Marketer sind anfangs euphorisch, endlich schnell und einfach erfolgreich werden. Oh, was ist da denn passiert? Wer sein Business ohne Unterstützung startet, scheitert meistens. Diese vier Triebwerke brauchst du für erfolgreiches Network-Marketing. Erstens, du. Dein Mindset, deine positive Denkweise ist die Grundlage für Erfolg und Wachstum. Kenne dein Warum. Wenn du deine Geisteshaltung änderst, änderst du auch dein Leben. Zweitens, du brauchst ein System, ein klarer Ablauf, der für jeden erlernbar und duplizierbar ist. Nur mit dem richtigen Konzept, mit den richtigen Methoden und guten Mentoren kannst du deinen Erfolg skalieren. Drittens, du brauchst ein Network-Unternehmen, das zu dir passt. Nur wenn du von der Vision, dem Konzept und den Produkten überzeugt bist, wirst du es erfolgreich weiterempfehlen. Welche Vision hat dein Network-Unternehmen? Und welche Rolle spielst du dabei? Viertens, für das Erreichen deiner Ziele brauchst du einen Vergütungsplan. Der muss einfach, direkt und verständlich sein. Anerkennung ist ein wesentlicher Bestandteil. Das hält dich motiviert und du startest richtig durch. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung in Unternehmensführung, Marketing und Networking, weiß das Team von Stardio Business24, worauf es bei erfolgreichem Network-Marketing ankommt. Werde Teil unseres Teams, denn nur gemeinsam sind wir erfolgreich. Klick jetzt auf den Link und sichere dir einen der begehrten Plätze, um mit uns durchzustarten.